Und herzlich willkommen zurück hier bei Dawn of War 3 Neices Spiel, muss ich echt sagen Ich finde tatsächlich viel Kampagne, aber geiler wie den Multiplayer Den Multiplayer finde ich halt ein bisschen langweilig Ich weiß nicht, dass wir die Requisition Generator Warum ist die Nene Gideon gekommen? Jetzt haben wir halt hier noch Energie Achso ne der wird schon gebaut Hier ist er ja Hier ist er Oh la? Oh Hier ist er Zweite Jörg Sehr gut Ja Das ist er Ich weiß nicht, theoretisch. Nein. Ja, dann schicken wir ihn immer hier hinter. Bitte. Ich bin Gabriel. 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 Der Wettbewerb hat uns eingegangen. Der Requisition Generator ist bereit. Massen Sie weg! Jawohl, machen Sie weg! Sie haben jetzt jemand in der Kasellen. Stasiere Target, hier! Without fear! This one is configured for servitude. Das ist jemand in der Kasellen, dann? Initiating Barracks' employment. I am Gabriel. Gabriel, moving out! Ich bin von der Kasellen. Ich werde das. Oh ja wir wollen jetzt können das mal richtig dicke heilung und die Eperos Infanterie health upgrade secured Vehicle repair Rewarder is underway Rewarder is underway This one has completed machine repair Servitor walker will undergo restoration Arming scouts with custom minds Das wollen wir ja nicht Das wollen wir ja nicht Das können wir ja auch die Maschinenquild bauen Das wird mal eine voll Angefahr 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 Wir haben halt Wir haben heute 197 minus 190 Also blöd wir haben halt Ja Schon nicht wenig Das ist halt auch alles mal ein bisschen ne Das Ding habe ich übrigens darauf gestellt dass wir dann wenn wir hier von hier eingreifen dass wir dann gleich wieder zurück ziehen können zum heilen und die erst bis hier hin laufen müssen Wir haben ihn jetzt 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 gehört dass wir jetzt wegschlimmen Wir haben jetzt Wir haben jetzt Wir haben jetzt Was für Typen ey So Leute Diese Dieser Die Du bist immer 250 Du bist aber 380 Ich würde sagen, wir haben momentan sowieso genug Truppen, jetzt warte ich nur noch ganz kurz Wie funktioniert das eigentlich? Achso Ah, nice, das habe ich nämlich nicht geradet, wie ich die da reinkriege So Ich schicke die jetzt einfach hier hin Ihr könnt sich hier entwecken oder so, oh halt, fangen wir nicht alle So, jetzt aber Jawohl, hau ran Ich bin der Kreis, die Empferen Portfolio, die Empferen Anniperen 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 Ja, das ist so aus wie Lauf, ne? Der ist echt nice hier zum Einstecken. Oh ja, Luftstoff. Ja, das ist so aus. Ja, das ist gut. Achso Und was so gut ist weiß ich überhaupt nicht Nur werden die einmal schön repariert Wir werden jetzt noch knapp 25 Sekunden lang Richtig krass hier halt He who fights with me shall be my brother Leider nicht reich Marching there now Good on the move Predator attacking Requisition generator Nein ich würde keinen lohnen Steht er nicht dabei We'll work these engines Safety is off gunner Ehrlich cleverer wenn er sich gerade hinstellt dann könnte er mit beiden Kanonen gleichzeitig schießen Was ist das? Wer ist denn? The enemy shall tremble before us and perish beneath our traps Upgrade completed We've completed an upgrade Annihilator engaging infantry Hello A weak enemy force has engaged us To the south west Obedience compels servitor Obedience compels servitor Initiate mission Helping employment Chapter command fights with you Our last talent will leave out of our call this place Vikapelle hier Ja. Eliminated! Eldar purge! Enemies killed! Blood! Grenade! Another Tally-Troy! We've come to centuries to die! Enemy for Oda killed! Eldar purged! Taking damage! Target eliminated! Great! Infantry claim! We'll ensure it! Under attack! Creditor has razed a building! Ding! I fully agree to die! In total, I have to choose him. As you reach this far... I don't know if that was the same as I would think of the enemy is killed! I don't know! Destruction? Target killed! Elegard Kellens in range! Beware that Straubkast! Target killed! If you destroy the Kraken... An enemy without shelter... ...is to kill an Andrew fire! ...should have been purged in the first place. Better than to let your kind have it. Orion on roots! Enemy squad killed! Come, show me what passes for fury... ...among your misforgotten kind! Only humans! All your fire does its work here! Elder! Our enemy is killed! It shall be done, White. Oh yeah! Nothing denies the power... Our enemies awake dead! Target purged! Target purged! Target purged! Draw sights on the incoming Eldar! Fluid nation upon you! We're late! We're late! We're late! Pitiful seen us! We're late! Under us! Keep of respect4 I've raised an enemy hole this! We have late! Repositioning! We have a surplus of power. Use it! Before the fight! I will clear the way Know thy death, Eldar I have to go away Beste This victory belongs to the emperor, but was made by you. Was hat er zu erzählen? Wahrscheinlich ist er nicht erpricht. Es ist gut, Inquisitor. Es ist besser die Relicke, als dass sie in Zenos fallen. Die Verlust verletzt alle Systeme von Helios. Star-Fort Helios ist nicht hilfreich und meine Blockade fracturig. Du musst das fixieren, Angelos. Bevor der Planeten Acheron kommt. Das ist das, was du zu blockieren. Ist das nicht, Inquisitor? Das ist gut verletzt. Du kannst nicht die Geheimnisse von Blutraven. Unsere Archive der Kapitel haben die Angelegenheiten von Acheron. Die Eldar haben ihn vorgelegt. Sie haben ihn vorgelegt, um seine Schmerzen zu bekommen. Eine Angelegenheit von ungewöhnlichen Macht. Die Schmerzen der Kaine. Das ist das, was ich um Blockade Acheron zu blockieren. Um die Eldar zu bekommen. Ich verstehe es. Aber du hast meine Blockade verletzt. Diese Schmerzen ist verletzt. Was, wenn ich den Bruder Chaplain Diomedes und seine Angelegenheit zu retten, um Helios zu retten? Ist das glücklich? Das funktioniert. Ja. Sehr gut. Wenn das alles ist, Inquisitor aus. Wissen. Doch Diomedes wird nicht verletzt. Du und ich müssen seine Angelegenheiten auf Cipres Ultima. Ich glaube nicht der Inquisitor. Aber bis Acheron kommt, diese Blockade ist die richtige Taktik. Sagt er. Wieso ging das jetzt nicht weiter? Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.